... dass man jetzt auch Atze in der Lage ist, an anderen Stellen den Sprengstoff zu erhaschen. Da ist jetzt keine Reaktion. Du sprichst dann auch nicht mit dem Rund, ne? Sondern wenn der sucht, bräuchte ich kein Kommando geben und dann bin ich lieber ruhig, sobald er ablenkt. Ja, ein Applaus für Atze. Jawoll. Und auch wieder sein Spielzeug. So, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, Uwe, weil jetzt haben wir hier quasi einen passiven Bereich einer Hüte. Ich glaube, jetzt gibt es noch mal eine Aktion mit einer riesen Tasche. Ich bin dran. Ja, ein Applaus für ihn. Ich bin dran. Ich bin dran. Wenn das Bistin mit ihm dann. Es geht. Wenn man ganz gut hier. Ich bin dran. Ich bin dran. Yep. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 9. Rampen ... ... Die Salle ist auf der Barsche zu sehen. Die Salle ist sehr gut, wie die kostet, um zu tun zu machen. Die neue Getting-Kristen ist die Salle des Barsche. Die Garten haben hier ein Gut. Sie pricingiert den Salle und der Bauernst mengen. Wie man hier mit der Salle an das Barsche an hat, die Maschine über den Regier. So ein Stück weiter, dann sehen wir hier rechts, haben wir Luft, haben wir Lewis, ein Fußballzeug. Wir sitzen sozusagen auf dem Kurbelzack gerufen, das ist der hier oben, das ist der Kurbelzack gerufen. An dem Hauptgeulen, da sitzen oben die Beulen drauf, da sitzen acht nebengeulen. Die sitzen so drumherum angeordnet und das ist Hauptgeulen. Das heißt, Sie haben einen richtigen Beulen-Stern. Wenn Sie den von der Seite sehen. Alle Freiberäten. Alle Freiberäten. Ich glaube, da werden Sie jetzt 19, 19, 15 Minuten. 80 Sekunden. Zweimal. Das sind dann auch die Aufbräuchung. Gerade was hier, das ist gerade halb. Ja, das ist so, dass die Beulen sind, ganz gut. Ja, ist ein bisschen freit, ganz gut glovesin, ganz gut gefalt, ja. Das ist ja ganz gut. Und es war ganz gut, aber jetzt. Ich habe es doch vorgelegen, das ist gar nichts. Das zeigt doch nicht. Ja, wir haben einen. Wettbewerb Und da kommt es gleich, dass Sie wieder gehen. Ja, ein vollender Fahrzeug, was sicherlich einige Jahre schon alt ist. Ich weiß auch, ob das Kulturfahrt gehört. Und dann gibt es Ihnen da ... 1.500 Euro kostet so ein volles Geld. Warum ist das denn? Ja. Guck mal, hier kommen die ganzen Bösen. Soll ich meine Tür zumachen? 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 Seekways für alle Möglichkeiten. Ich habe gesehen, man kann sogar auf dem Golfplatz mit dabei beginnen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020